Ja, bei mir jetzt Neuzugang Hendrik Thuhl von Eintracht Trier gekommen, hier ganz aus der Nähe, aus Klausen. Hendrik, wieso der Wechsel hier zum MSV Samrohr? Ja, Trier war ja viel Konkurrenzkampf. Da habe ich mich entschieden, nochmal eine neue Herausforderung zu suchen. Und das hat mit Samrohr eigentlich ganz gut gepasst. Ich komme hier aus der Nähe und ich bin immer voller Hoffnung, dass ich hier auch zu Einsatzzeiten komme und dass ich hier auch meine Tore schießen kann. Wie sind so die ersten Eindrücke von der Mannschaft, von der Zusammensetzung, von den Charakteren? Ja, also ich kam bis jetzt mit allen super klar. Super Jungs, kein Thema. Mit allen ganz gut zusammengekommen und ja, alles gut. Wenn der Spielball rauskommt, ist natürlich der erste Blick, wenn es gegen Eintracht Trier geht, oder? Das wird wahrscheinlich das Highlight sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Natürlich gegen Trier wird natürlich ein schönes sein, aber ich glaube auch als Ex-Trierer gegen die TUS aus Koblenz ist natürlich auch nochmal was Schönes. Ja, ich freue mich auf die Saison, Oberliga. Ja, alles super.